Hey Leute, nochmal. Äh, man geht ja, ist grad eben abgeschmiert. Und ja. Und zwar, weil die Golden Girls eine große Bedrohung sind. Also hab ich mich mit ihnen gutgestellt, um diesem Steve von zu Hause zu helfen. Tada! Also Leute, wir, also wir, also ich möchte den Leuten helfen, wenn ihr kurz meinen kurzen Stream gesehen habt. Ja. Das war's, also. Jetzt bin ich nur noch für euch da. Guten Tag. Hat's Maul. Vorzulecker. Ja, vorzulecker. Ja, vorzulecker. Ja, was für Asi, Digga. Ja, wenn sie mich sieht, dann kommt sie ihr Eier steifen. Ja, mit dem, was für Asi, Digga. Ja, Wurde. Junge, krieg mal wieder auf, was dir beleidigt. Ja, weil der, äh, schon gegen unten die Mann macht. Ja, da muss hier nicht... Ey. Steck die doch, träg die doch Beschi rein. Also ich mach kurz nochmal Musik an auf mein Handy und dann können wir Leuten helfen. Oh, ich hab mal zwei. Ich hab zwei Leute an. Wahnsinn. Ich teile mich nicht. Türkisch bestimmt. Ich bin Französisch. 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 Und ich bin Französisch. Also Leute, hier bin ich schon fertig. Leute, da bin ich schon fertig. Das ist schon fertig von Anfang bis Ende. RoomLabs war eigentlich echt easy. Ich habe mein Bunker. Ich habe mein Bunker. Was ist das? Okay, wir brauchen hier Also, um 200 Leute, wir spielen gleich mit meinem Bruder. Also Leute, ich hab grad nicht so viele Waffen, also hier hab ich schon alles, außer Dings, den Baisy, aber die baue ich noch, hier hab ich grad mal nicht viele, also 3, die Acker, Kabine und Spezial-Karabiner. MP, Stimme-MP, Einsatz-MP, MP-D, genau. Warte mal. Jodentach. Jumoi. Jumoi. Was? Ja, die ganze Zeit. Hey Sam, wollen wir gleich mal meinen Bunker machen? Warum rennen? Hey Sam, ich bin bald. Wenn wir mal einen Bunker weitermachen, dann kannst du eine Million bekommen. Wollte ich ihm nur sagen. Willst du wirklich? Kein Scheiß. Für Gitar. Ja. Du boah. Frieden sind Titano. Doch. 46. Ja. Ja. Ich kann doch, ich kann das so einstellen, dass Samy 95 prozent ist. 85 prozent bekommt. Äh 85. Und dann bekommt er automatisch eine Million. Ja. Den, also den Trick kenn ich nicht. Ah na gut, Hangepapper, oh no. Aha. Was ist? Aha. Was ist? Welchen? Welchen? Ja, 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 ja. Maatschout. Heidt smalig. Nein. Ich kann kein Auto. Der will mich einfach ohne Grund wegrahmen. Eine, ja, 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 ja. Oh, der ist der. Oh, der ist der. Ja, Digga. Oh, der ist der. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ich mach mir gleich auch eine Pizza. Was für Rennen, Digga? Kannst du Dominik? Okay. Sammy, wolltest du nicht eine Pizza holen? Was? 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 Komm, du doch. Komm. Komm her. Ich ruhe Dennis. Tu ich nicht mehr. Ja. Ich kann das eh direkt löschen, Sammy. Ja, aber bei mir ist es egal. Habe ich mich gestimmt? Habe ich mich gestimmt? Warte, kann ich das irgendwie einstellen? Dass man mich nicht mehr hört? Da. Nicht zu lassen. So. Ha. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr hören. Doch. Ich höre dich. Ja, aber dein Stream nicht mehr. Ja. Ja und? Warte. Ja, wie viel Zuschauer hast du? Null gerade. Und du? Ja. Hochdessen. Jaja. Ja. Du sollst reinkommen und dann gucken? Ja, guck das jetzt. Mach ich auch. Dann gehen wir jetzt einmal ganz geprägt raus. Hä? 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 Was denn? Was denn? Was denn machst du? Halt zum Ohr. Nein. Ist noch voll zu... Mach doch. Nein, tu es nicht. Nein, mach nicht. Nein, mach nicht. Doch mach ich gleich. Ah ja, Sammy. Sechs Aufrufe, ein Dislike. Na Sammy? Ein Aufrufe und ein Dislike. Nein, Sammy ist nicht da. Ich höre ihn doch. Ey. Junior. Was willst du, Master? Jetzt mal. Das reicht dann. Das reicht dann. Überspann den Boden. Was? Junio. Was? Was? Was guckst du? Oder was muckst du so? Mü... Mü... Schaut... Sammy! Schaut einfach Müller mit Ü. Als mit... O-E-L-L-E-A. Schaut einfach mit Ü. Ü-Ü-Ü. Müller. Muckst du mit L aufschreiben? Alter, was? Alter, was? Ich gefick den Junior. Komm jetzt! Oder ich fick dich. Nicht. Ich komm in deine Lobby, Alter. Ich werd dich sauseinander nehmen, Junior. Versuch mal in meine Base zu kommen. Ja, mal Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Decke. Und in einer heutigen Folge. Sie bin in der neuen Modus unterwegs. Auch mit dem neuen Skin. Freunde. Das haben wir gerade für dich. Warum ist der Apo-Ritt an? Musst du dich nicht gucken? Nur, Vanessa, komm erhält. Ich bin Vanessa. Achso. Du bist denn du? Digga, du bist ja hier schon bei mir in der Nähe, oder? Warte, ich... Ich will grad meinen getrunten Sportwagen. Dein... ...und dann geht's... ...und dann geht's... ...und dann geht's... ...der stand vorhin bei den Bullen. Der stand vorhin bei den Bullen. Das war mein hier. Das war mein, äh... ...ja, der... ...git hier, äh... ...ja, der... ...git hier, äh... Ich hab sogar gelbe Lichter, Alter. Geil, ne? Du hast bestimmt hier Dingsanlagen hier, äh... ...Vorage... ...erinnere, ne? Hallo? Ja, okay. Alter, Niemann sofort. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Dude. Oh, mein Gott, Dude. Hier ist ein Gun, Dude! Hier ist ein Gun! Yo, gib mir meinen Fightsack, Dude! What's up, guys? It's your boy, Meme Rider, here again. ...and you're probably wondering... Ich will noch mal sagen. Ich seh dich nur im Rulpsspiel, Alter. Nur im Rulpsspiel. Ich seh dich gar nicht, ey. Ja. Ja. Ich seh dich gar nicht, ey. Ja, da bist du ja. Pum, pum. Haha. So, okay. Ich zeig dir erstmal, wie Profis fahren, okay? Ich lass dich nochmal... Oh Gott. Ich lass dich gleich... ...schulkollegen, ich hab dich eingeladen, unterm Riesenrad. Ich lass dich jetzt mal eine, ja? Und du wirst untergehen. Du bist zu 100% letzter. Ich seh mich. Du? Ich? Ja, Digga, ich zeig dir das. Digga, das sind solche Profis, Digga. Ich will nicht mal mitteilen können. Oh, direkt muss ich schnell einladen, Digga. Ist, Hemi, kannst du mir Dennis fragen, ob er GTA online kommt? Ja. Wer? Dennis. L-Limination. Komm schon rein. Wirst du mit ihm zocken? Geil, Digga. 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 Komm schon rein, komm schon rein. Wo Crew Emblem steht, Ride. So wie bei mir zum Beispiel. Dieser Kino, der ist überkrass. Der ist überkrass. Und alle in diesem Rennen werden den Wagner fahren. Hä? Fremde hin schon gefahren, oder? Drei Runden. Drei Runden. Mann. Kein Kontakt, Digga. Digga, glaub mir. Wenn du jetzt mal auf Dreieck rückst, wirst du sehen, alle werden den Wagner nehmen. Hallo Leute. Heute zeige ich euch, wie ihr Ressourcen in diesem Spiel generieren können. Ne, viele vorhin verschieben. Digga, guck mal auf Kino, wie viel Rennen er gewonnen hat, Digga. 7.119 und 4.723 verloren, Digga. Oh, hä? Ich starte dann abkacke. Digga, ich starte den letzten Platz, oder? Dann müssen wir da vorne. Hä? Das sind zwei da. Digga, kennst du den X80 Proto? Ja. Ja, in dem Fall... Der wird gleich an dir vorbeiflitzen, oder? Wieso? Mit welchen fährst du denn du? Ich weiß ja nicht wie der heißt in der Italien oder so wie der heißt, keine Ahnung. Ehi, 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 ehi. Aber wie fangt den Audi. Wir müssen echt wieder einfahren. Ehi, 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 Ehi. Hi, Ehi. Hi, hello Taylor Wir müssen die Nummer eingeben und das machen wir eben kurz Und werden weiter Peter auswählen Entweder das oder ein paar andere Aber wir nehmen mal als Erste und drücken auf jetzt anfordern So, hier müssen wir also unseren schönen Namen eingeben Das mache ich mal kurz Hallo Hi Hallo Hello Taylor Hi 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 Alright Sie werden nicht geben. Sie werden nicht zurückgeben. Sie werden nicht zurückgeben. Sie versuchen zu f***ing Demokratie, okay? Komm hier, moin. Die Priorität ist die Ertragung von ULP-Ulp in Takt. Das stimmt. Es ist mein Turnier zu debriefen, den sonn-of-a-gun. Bitch. Ja, okay. Wir holen ihn aus, und wir sind alle glücklich. Okay. What's up? Er du her? Ah ja. Was ist ein fang? Ach du du siehst? Ich bin fast wieder. Aber ich bin fast wieder. Ich blöde dich. Sie können nicht als wäre. Ich bin fast wieder. Ich brauche herauszufinden. Ich bin fast wieder. Ich bin fast wieder. Und ich bin fast geworden. Ich bin fast wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist ein Limo Affe? Bist du ein Kopf? Aber wer hat den Cousin? Warte mal, sag mal nicht, dass er wehnte ist. Warte mal, sag mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, sag mal. Warte mal. Warte mal. Das ist zu viel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja Was ist das?